Der Mensch ist das Wesen auf der Welt. Die Kunst im Leben ist die Kunst. Der Kunst im Leben ist Selbstbeeinflussung zu lernen, damit andere Menschen Einfluss auf dich haben. Viele hacken. Karl, hier, ich habe jetzt ein Interview gemacht mit dem Bischof Christian, was direkt in der Mitte anfängt. Wie kann es sein, dass niemand A sagt, aber auch A. Es wurde auf einmal nur noch alle schlecht geredet und ich dachte, warum sagt man nicht, okay, der hat A da und da Scheiße gebaut, aber auf der anderen Seite hat er auch hier Scheiße gebaut. Ganz ehrlich, ich habe einfach Bock, diesen Leuten noch kostenlose Infos zu geben. Ich habe keinen Bock mehr, mich hinzusetzen. Und dann musste ich für ein ganzes Jahr mich hinzusetzen. Vorsicht. Ich habe ein großes Problem und zwar habe ich Gefühle. Dein Leben ist immer nur dein Leben. Sommer. Ich weiß, das Thema nagt an dir. Die schlaflose Nacht war der Satz, mich kann keiner unglücklich machen, außer mich kann keiner unglücklich machen. Die meisten Menschen überschätzen komplett, was sie erreichen können. Lächeln auf einmal. Diese Tränen sind keine Tränen. Was drücken diese Tränen aus? Trauer. Weil es hier kommt, dass wir... Die Tränen sind keine Tränen. Vielen Dank.